in der Zeit da passt schon hast du mittlerweile wieder die Teile dahingestellt ich überlege noch mir so ein Teil ins Baumhaus zu stellen wenn es geht vielleicht gar nicht so dumm ja weil dann können die das nicht kaputt machen weil da kommen die ja nicht hin und dann lasse ich das mal hier mit den Dekorationen dann nutze ich das lieber hier für sowas hier Drying Rack heißt das doch oder? ja nee ich glaube das kann man nur auf den Boden hinstellen oder doch doch das kann man hier hinstellen aber der macht so immer so große Distanz dahin ok ok ja doch das geht ja das geht voll klar hier gut da hätte ich lieber die Bank kann ich das nicht hier hinstellen so äh ja genau so macht man das das muss doch irgendwie gehen hier ich will das nicht in die Ecke stellen da würde ich gerne lieber was anderes hinstellen hm so geht's auch ich würde aber auch noch was haben ne von dem Fleisch nö kriegst du nüsst ab ich hab jetzt gerade richtig Bock auf das Eis bekommen müsste das nein weiß ich nicht geht auch mit Luca ja hier ja mein Bett ist fertig irgendwas kann ich da machen schlafen oder ja wow das konnte ich auch schon davor im Baumhaus naja zumindest hab ich jetzt ein Bett und du nicht ha ha hast du noch ein Rapid Flur? nee wirklich gar nichts mehr ach das bist du da ich hab mich schon gewundert warum ich jetzt auf einmal so übelst laut diesen Ton höre alter wie schwungvoll der gerade hier den Baum fällen wollte ich glaub der hatte richtig viel Bock da diesen Baum mit zu fällen alter hat sich der hat sich jetzt sagt ich hab jetzt so lange kein Baum mehr gefällt da schwinge ich jetzt erstmal schön die Arme ui brauchen wir da äh Stickies ja ich fahre aus Stickies jede Menge machst du das alles eigentlich mit dem Schlitten? also transportierst du die ganzen Schäme immer mit dem Schlitten? ok ja so das war jetzt mal mein Teil hier von der Mauer boah also die entwickelt sich zumindest schon mal ganz schön krass hier ich glaub wir müssten dann noch von unten einiges absichern na hinter den ähm Dingern können wir dann ja Pfeilen bauen ja hinter der Mauer meinst du? mhm da weiß ich dann auch wie ich's mache das hab ich schon mit bei Gideon und Jakob gemacht diesen Part ja ich war mal auf so einem Server auf einem The Forest Server da hab ich das auch gesehen da hatte so ein Typ ne richtig also ne richtig geile Basis die kann einfach nie rein in die Ureinwohner bis Eric und ich die dann zerstört haben die Basis mit Bomben da hatten wir auch Hacks für The Forest haben dann die ganze Zeit Bomben gecheatet und die dann auf die ganzen Baumhäuser geworfen war lustig und auf die Basis natürlich oh man ey diese Baumhäuser die sehen einfach so unlogisch aus naja es ist immerhin etwas ja ich beschwere mich jetzt mal nicht wegen der Logik hier in The Forest das ist sowieso alles immer so ein bisschen schwierig solche Survival Games logisch zu gestalten oh Besuch obwohl das eigentlich noch die logischsten Spiele dieser Erde sind logischer als keine Ahnung mit Autos rumzufliegen in der Arena ist das so ein Blauer hier ja das ist der ist irgendwie na gut bei mir ist er nicht blau bei mir ist er immer so steinfarmend okay scheiße er hat mich erwischt jetzt verrecke endlich schrei nicht rum danke okay hast du eigentlich noch Knochen übrig gelassen in der Basis ja das ist jetzt so ein Knochen achso ein bisschen Knochenpop gemacht ich hab jetzt auch noch nicht alle ich hab mir auch ich hab auch noch über 20 ich hab die erstmal alle da reingelegt okay gut hier fehlen wieder Stöcke das ist wieder alle gegangen ich häng mal ein bisschen von meinem Fleisch in die Basis auf und ein bisschen in mein Baumhaus wenn das wirklich okay ist hier die zwei Lorche lass ich hier mal hängen und den Rest häng ich bei mir mal auf es ist sowieso besser das alles immer zu verteilen falls wir mal nicht runter können weil da meinetwegen über zu viele Ureinwohner sind gehen wir halt mal zu unserem Baumhaus und dann näher uns da also ich find's so generell besser wenn man sich das aufteilt da kommt der Mäste ja okay okay im Baumhaus kann man das übrigens auch alles lagern Leute ich hab ja noch richtig viel Fleisch die sind blau das sind die neuen das sind die anderen das sind die der vom anderen Stamm sag ich jetzt mal oh sind die stärker? ja die sind größer und stärker das sind diese grauen scheiße ah ja ich seh sie auch da die rennen die ganze Zeit rum ich hoffe nur nicht dass sie jetzt hier meine Mauer kaputt machen ich sneeke mal vielleicht sehen sie mich jetzt nicht ist der eine ist grad hier weggerannt wie so ein Idiot halt so also ich kann pennen ich auch bin gerade bei mir im Baumhaus na dann speichern und schlafen da sind wir jetzt bei Tag na gut wollen wir durchwachen oder nicht das ist jetzt die Frage ne ich würde jetzt gerne noch schlafen ok weil gerade sind diese Viecher da da hab ich keinen Bock auf die sind die dann eigentlich weg am nächsten Morgen? eigentlich ja ok schön ich würde sagen die nächste Nacht müssen wir mal durch machen das ist äh ja kann ich machen hier sind noch jede Menge Pülser der wird da ja so jetzt bin ich wieder alleine schön ich weiß nicht Leute ob ich euch das hier raus cutten soll mit dem Mauerbau also ab und zu mal passiert ja was deswegen alles möchte ich hier nicht cutten bist du wieder da Maxi? ne ne ich bin's ach du bist es Luca Hallöchen ja und wenn du denkst ich führe hier selbst Gespräche das mache ich nur ich weiß dass du aufnimmst ja und ich habe gerade irgendwas knallen gehört das war Maxi das war ich von unten ja jetzt sitzt du wieder dran und nicht Luca ne ja ich wollte kurz zu ihm was zu trinken holen cut das aber bitte raus wenn wir wenn ich spreche ne danke ne wieso das cut ich nicht raus vergiss es ich cut hier nichts raus das ist ein uncut let's play hast es dir selbst versaut du musst es ja reden wenn ihr beide noch irgendwas zocken wollt zusammen dann könnt ihr das ja auch machen ne dann könnten wir auch bald diese Session hier beenden Luca bleibt ja noch ein bisschen ja hört es nachher nein nicht auf den Kochen ach hier liegt er okay ich dachte schon was hä wie holt man hier die Stämme raus dagegen hämmern oder was was wie holt man die Stämme raus aus dem Boden hä wie holt man denn welche hä hast du auch gesagt wenn man die Stämme nicht rausholt dann wachsen die irgendwann nach wenn du das einstellst ach so du haust einfach immer wieder drauf so lange bis die kaputt gehen wie lange dauert denn das also mit dieser Steinax die ich hab damals viermal richtig kräftig also indem du lange links klick drückst ach so ach so dann ist so ein verkleinerter Holzstamm erst da und dann verschwindet er irgendwann nach ner Zeit der verkleinerte Holzstamm so ist es jedenfalls bei mir alter ich muss hier richtig oft gegen diese Holzstämme kloppen damit die kaputt gehen mhm das dauert ach so scheiße das despawnt jetzt hier im Moment richtig genau weil ich möchte halt hier die in der Nähe von unserer Mauer weg machen was denn der hat einen Stock einen Stock ja ich höre schon wieder die Viecher sind die bei euch? mhm na dann kann ich ja hier weiter fällen und da ist schon tot waren das jetzt die blauen oder die normalen? das waren Kandibale und was bedeutet das? alter nice so geht es auch wusste ich nicht bams alter so richtig dagegen zimmern das geht auch entweder du hackst von oben auf diese Holzstämme rauf oder du machst so ein seitwärtsheep das macht er auch manchmal das kannst du so richtig schön lange aufladen aber ich würde schon sagen beim Hals geht es besser also Kohler können die Teddys essen ich glaube ich habe unten noch was da also ich kann dir gerne auch was hören dann wenn du willst so hackt das Teil kaputt jetzt hackt das doch mal kaputt und hackt nicht die ganze daneben du inkompetenter danke das war in keinem Kontext ja das könnte ich ja auch mal machen hatte ich ja sowieso heute vor mit Movie Maker oder mit Shotcut das geht auch das kenne ich auch aber Movie Maker Movie Maker ist halt nicht so gut ne und weil ich halt aktuell mit Shadowplay aufnehme und nicht mehr mit OBS also Open Broadcaster naja OBS naja aber ich benutze halt aktuell Shadowplay und da ist die Dateigröße viel größer deswegen cutte ich lieber mit Shadowplay als mit Movie Maker weil Movie Maker ist das Problem die Benutzeroberfläche ist zwar übelst einfach zu durchschauen aber die Movie Maker vervierfacht die Dateigröße das ist ein bisschen scheiße naja also ich hab ja auch mit OBS aufgenommen und geschnitten mit Camtasia also ich hab mir einen Schlüssel gedingst im Internet das gibt's ja und dann hab ich halt diesen Schlüssel eingegeben und kann halt mit Camtasia schneiden und Camtasia ist halt ein übelstrasches Schnittprogramm das kostet irgendwie 80 Euro im Jahr oder so ich hab mir das halt mit so einem Schlüssel gecrackt gecrackt, ne? das sagst du in der Aufnahme? jetzt haben wir dich Paul, ich muss mit drin lassen diesen Satz das lasse ich alles drin, hallo? alles is correct, ey der kleine Cheater von dem an okay, hier können keine Bäume mehr nachwachsen okay, das ist schon mal gut ich glaube ich hab noch den Heck drin, oder? wo ich mit X alles fällen konnte hier in der Umgebung? ne schade das wär schon zu schön gewesen um wahr zu sein aber dann hätt ich das auch nicht verwendet das ist auch scheiße zu hacken in der Aufnahme also das machen wir als Offcam Maxi, nicht wahr? na klar da fällen wir den Baum hier mit Hacks also den Wald ja, theoretisch soll ich dir was sagen ich hab ja vier Bomben wenn ich hier jetzt in so einen Wald reinwerfe ich könnte jetzt immer reich an Baumstämmen mach's doch naja aber ich sag mal bloß ähm Lautstärkefaktor, ne? alter Bank ist ja richtig sinnvoll das füllt ja deine Ausdauer richtig auf das kannst du unendlich auch verwenden hab ich mir übrigens auch schon mal gegönnt mega nice okay und sowas gern zu lassen bringt glaube ich sogar mehr als es brennen zu lassen und dann zu essen ah, da höre ich schon was Töne aus der Bauarbeiterbasis von Luca, nicht wahr? Spielst du auch Crash of Clans? ja nice, bei wieviel Trophäen bist du in deiner Bauarbeiterbasis? keine Ahnung irgendwas über 1000 du Arschloch du Arschloch ich bin das bei 758 ja gut, ich gebe zu ich habe auch ein bisschen gejammt ich habe halt über 3000 Gems gehabt weil ich nie Gems ausgegeben hab der Zoll, ich hatte auch 1000 da war naja gut da habe ich ein paar ausgegeben also natürlich nicht alle meine 3000 Gems aber welches, welches normales Rathaus Level bist du? 9 ja, könnte ich jetzt auch also ich bin full 8 aber ich mach's nicht keine Ahnung das wäre dann zu viel Arbeit naja, ich bin auch schon full Rathaus 9 bloß die Mauern fehlen noch Paul, du bekommst Besuch ja, ich seh's gerade das ist richtig scheiße gerade Hilfe ach du scheiße ey, sind das viele Alter, wie weit ist denn der gerade gesprungen? ja, das ist ein krasser Block wie von dir die sie einfach dann eben auch die ganze Zeit oh, hier, die Geld erstmal mitnehmen oh, das war kein Geld, das war ein Foto okay, ähm, okay, ich seh schon, du hilfst ja, warte mal ich probiere schon mal ein paar zu killen für dich als Unterstützung aber ich denke, das schaffen wir jetzt besser als davor flieh am besten immer so, der ist tot no, ich dachte, das bist du okay, das ist erstmal ein Ohrmensch aber das ist kein Problem, den krieg ich so, wo ist Roland hin? Roland! Roland! okay, den hab ich easy Roland ist weg naja, für mich aber die Attacke haben wir jetzt ganz gut überstanden im Gegensatz zu der letzten der Assi hat mir hier die Mauer zerkloppt wo ist Roland? oh, so ein Wichser ach du scheiße, Alter der hat hier erstmal so ein ganzes Stück rausgerubbt ey, ich hoffe, bei mir fehlt nichts ey, wehe, da fehlt was nö, bei mir fehlt nichts oh, das ist nicht das Tor? das ist das Tor, was hier fehlt so ein Wichser als ob die das Tor kaputt gemacht haben okay, das ist wirklich eine Arschloch-Aktion gewesen den lass ich nicht mehr rein bei mir nö der hat Baumhausverbot Baumhausverbot Roland, das Arschloch Alter, wie lange zocken wir denn jetzt hier schon? alter Schwede wir zocken schon ganz schön lange länger als geplant ja, auf jeden Fall warte, ich guck mal kurz wie lange Skype hier geht so ungefähr so geht ja dann auch die Aufnahme ja, drei Stunden und 18 Minuten läuft und dann denke ich haben wir jetzt schon so drei Stunden aufgenommen ne, das kann ich nicht das kann ich nicht das mach ich dann alles zu so 30 Minuten Parts ich mein, gute Qualität ist ja also daran können sie sich nicht stören das stimmt nur manchmal ist es vielleicht ein bisschen langweilig aber wozu kann man bitte vorspulen? also ganz ehrlich Leute wozu kann man bitte vorspulen? also ich muss schon sagen also die Mauer um die Baumhäuser herum ist auch schon ganz stattlich geworden und generell die Mauer an sich so vor allem anstatt einfach mal zu sagen okay, jetzt hören wir mal auf wir haben hier schon lang genug gezockt nein, wir wollen hier jetzt immer weiter machen immer mehr schaffen immer weiter ey, bald haben wir doch die Mauer dauert nicht mehr lange nur noch so zwei Stunden dann haben wir sie komm, die mach ich jetzt noch die Mauer, die schaffen auf jeden Fall die schaffen sogar naja, eine Viertelstunde dann ist das fertig nee, eine Viertelstunde nicht oder doch, lol ich sehe ja gerade, wie weit du bist bei mir ist es jetzt auch nicht mehr so viel das ist jetzt auch nicht mehr so viel bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal ! Vielen Dank.